Im Sommer wird der OFB, Teamplayer Konrad Leimer und der französische Stürmer Christoph van Kunko den deutschen Bundesliga, Club RB Leipzig verlassen. Die Bestätigungen der neuen Clubs Bayern München und Chelsea stehen noch aus, aber RB hat lange nicht geplant. Auf der Suche nach dem Ersatz sollte der österreichische Christoph Baumgartner auch ein Kandidat sein. Es wird viel schwieriger sein, Top-Tour-Schützin Kunko zu ersetzen. Sie interessieren sich für den kanadischen Jonathan David aus Oskar Lilleunt, auch in diesem Fall hängt viel davon davon ab, ob Hoffenheim im Abstieg gelingt. Wir werden im Sommer die Fähigkeiten verlieren, die wir dem Team erweitern müssen. Einer von ihnen ist ein Schritt, insbesondere im Offensivbereich, sagte Trainer Marco Rose. Mehr zum Thema des Nationalmannschafts Nationalmannschaft-Chefs Ralf Rangnick, Linz die goldene Entscheidung, EM-Quali der echte Heimvorteil beim 2-1, Sieg in Österreich über Estland war entscheidend. Ralf Rangnick, Linz die richtige Entscheidung, lesen Sie ePapa jetzt ePapa. Lesen Sie die tägliche ePapa, Ausgabe des ULN Akruten, jetzt digital. In die ePapa blättern. Ausgabe des ULNs